Boah, Jan, kannst du dir vorstellen, warum ich gedacht habe, auf Jungle würden die Leute außerhalb der Map kämpfen. Und zwar? Ich habe die Oststöpsel falsch drin gehabt. Was ist mir dann aufgefallen? Er ist nach hinten schrecklich. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage nur, Tobi ist einer der besten Spieler, die wir haben hier bei uns in der Gruppe. Ich frage mich, wie Tobi mal ausgerastet ist, wenn er nach links geguckt hat und dann von rechts erschossen wurde. Es muss so cool gekommen sein. Oh, da ist ja gar keiner tot. Am besten so dem Spiel die Schuld geben. So, ich habe voll den Bug seit dem letzten Update. Ja. Ich freue mich aber schon, wenn mein Headset da ist. Nehmt das Ziel ein. Oh ja. Der ist kaputt oder? Naja. Naja. Der Ziel ist abgesichert. Der Feind hat Alpha. Oh. Irgendwer ist mir vorgelaufen. Oder? Ja. Der Feind hat Bravo eingenommen. Die haben trotzdem B eingenommen. Ah! Sag mal ne Drohne, die kommen alle hier aus. Alter, der hat ne 3er Weste. Hör auf mich zu verarschen, das gibt's doch nicht, Alter. Was? Vorsicht, der kommt. Ganz Gegner-Team ist da oder was? Ganz Gegner-Team ist da oder was? Die sind alle jetzt rechts rumgelaufen. Ja, er hat mich unterm Zug. Ich sehe das noch von Kater. Oh, der eine, der hat... Er findet halt ne 3er Weste und die Damon und macht einfach alles weg. Ist klar, ey. Nehmen B ein. Weil er mich mit ner Uzi auf die Entfernung holt. Tobi, mein Lockvogel. Alter, ich seh die nicht, Mann! Ja, die stehen immer so an der Ecke, dass die gerade so vorgucken. Loll! Ich hab einen mit der Flash-Brenge-Killt. Die feindliche Drohne kreist. Wie ist sie denn? Oh, da war noch einer. Oh, da war noch einer. Oh, da war noch einer. Ich versuche es. Ich versuche es. Die laufen, glaube ich, die ganze Zeit kommt von der Bebe. Oh. Ach, einer ist genau unter der Brücke. Hausseite. Unter der Brücke. Übernehmen, bravo. Ach, Kommen! nehmen es ist die coolste runde die ich ewig gespielt habe und die sind so schlecht das ist kacke dann kriege ich wieder keinen noch mal blut rinzig hier macht ihr aber auch ganz schön fertig war er ist so doof er läuft in meine brandgranate mein team wollen wir noch schnell hier die wette können ach so ich habe noch eine drohne missionszeit das ist ein marathon kein sprint hier gewinnt die nächste runde was habe ich denn bitte für 599 oder für 1 99 was kauf ich denn bitte für 1 99 bei uns im laden aber ich kauf nichts für 1 99 wenn es nicht dass ich wüsste wow von hinten ich bin erster 17 7 jetzt nächste runde genauso spielen und haben wir die maximale spielzeit aus nehmt die ziele ein alpha wird gesichert der feind hat charlie wow ich bin alleine auf 10 feindliches scharfschützen ist über uns alpha ist abgesichert wir liegen in führung wir verlieren weiter berg weiter das ist weiter scheiße ich wollte ihn aus habe ich ihm wenigstens genockt nein habe ich nicht am ende roter roter waggon ich wusste ihn der ist alleine also wie schlecht ist er denn ich habe gedacht das ist verständlich verstehe auch gar nicht warum der noch weggelaufen ist mit seinem freund habe ich doch schon umgebracht aber scheiße das habe ich nicht gekriegt helikopter landet hinter dem großen gebäude die bewegen sich hier so super langsam jetzt haben die echt c eingenommen ich habe keine monition die spawnen hinten bei c in der schlucht ja die sind mit dem lkw weggefahren alter dass der immer zehn meter vor mir spawnt ich bin auf dem scheiße darauf läuft einer hoch von c aus ich habe mich noch gesehen naja hat trotzdem gewonnen die söldner werden sich das gut überlegt da muss ich das nochmal versuchen oh das ist eine outlaw wenn du 338er moni findest sag mal bescheid headshot geier richtig gut ja 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 ja